Der tragbare WIC-Schweißinverter Mikortik 200 von Lorch Schweißtechnik hat sich bei seinen Anwendern im praktischen Alltag bewährt. Er bietet nicht nur hohe Flexibilität im Industrie- und Baustelleneinsatz, sondern auch eine intuitive Bedienung und exzellente Zünd- und Schweißeigenschaften. Die Mikortik ist der erste WIC-Inverter, der eine Hochfrequenzzündung am Akku ermöglicht. Das eröffnet WIC-Schweißern neue Möglichkeiten in der Werkstatt, auf Montage und im Außeneinsatz. Berührungslose HF-Zündungen schonen die Wolfram-Elektrode. Der Zündfunke ist sehr präzise und streutlich. Das hilft, Wolfram-Einschlüsse zu verhindern. Der Schweißinverter alleine wiegt nur 6,8 kg. Damit eignet er sich besonders für Einsätze, in denen das Gerät über Treppen in Wohnetagen oder Kellerräume getragen werden muss. Dank speziellem Cress-Schutz liegt die garantierte Sturzsicherheit mit 80 cm deutlich über den 25 cm der Norm. Er kann an das Stromnetz, einen Generator oder auch an den Leuch-Akkupack angeschlossen werden. Das Bedienkonzept der MiCore TIC bietet mit der Basic Plus und der Control Pro Bedienung zwei Varianten. Das Control Pro Bedienfeld ermöglicht dank Grafikdisplay eine detaillierte Schweißablaufsteuerung und Klartextausgabe. Zudem können bis zu 10 Schweißjobs abgespeichert werden. Fazit Leistungsfeatures wie die serienmäßig integrierte Pulsfunktion bis 5 kHz für das Pulsschweißen von Dünnblechen, das leicht bedienbare Grafikdisplay und die Jobspeicherfunktion überzeugen Anwender in der Praxis. Die MiCore TIC ist damit ein absolut vollwertiges, mobiles Industrieschweißgerät mit allen Funktionen, die sich ein erfahrener Wegschweißer wünscht. Gebt dem Beitrag einen Daumen nach oben, wenn er euch gefallen hat und abonniert unseren Kanal, um immer zu wissen, was die Branche gerade bewegt.